Hey Leute, Willkommen zu einer Runde Gangbeast. Das bin ich und ich werfe mich jetzt runter. So. Und dich werfe ich runter. Oh Gott, meine Kamera fällt mit runter. Okay, äh ja, ich habe einen komischen Bug. Meine Tastatur macht immer einen Charakter rein, weil ich lieber mit Gamepad spielen will. Und jetzt sterbe ich mit meinem Hut. Oh Gott, das hat mich nochmal k.o.t. Ja, und jetzt sind da noch Manu und Maudado, die sich irgendwie merkwürdig verhalten. Hä, was ist merkwürdig hier? Oh, 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 oh. Komplett abgerissen. Wie ist das denn abgerissen? Ich will nicht in jeder Runde den Zombie runterwerfen müssen. Wir können den ja runterwerfen. Ja, ich brauche ein Erfolgserlebnis. Lass mich. Er springt mit ihm runter. Ich muss mich einfach jede Runde einmal selbst besiegen. So, wir töten den Zombie. Mein altes Ich wird zurückgelassen. Ich bin der neue Zombie. Hallo. Bring doch! Nein, was machst du? Alter Mann, spring doch nicht. Warum? Bitte. Ja, danke. Ich komm nicht rum. Wo bin ich? Zombie, wir können noch heben. Warum ist man ich noch da am Schwimmen? Oh, ich bin tot. Manu, warum ist der da noch? Ist er echt noch da? Jetzt ist er weg. Ah. Okay. Go, Manuel. Hib dich fest. Du schaffst es. Geh hoch nicht. Ah. Ah. Gibt's noch. Was? Ich hab mich schon unten gesehen. Wenn man nur ganz kurz unmächtig ist, dann schwimmt man wieder hoch. Ah. Ja. Ja. Manual. Da bin ich aber ertrunken. Oh nein. Woher kennst du den anderen Typen, der jetzt hier dabei ist? Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Der wollte auch mal mitspielen. Aber der weiß nicht, wie man Tasten drückt. Nein. So ein Trottel. Oh Gott, warte, warte. In Gangbees dreht es darum, dass wir uns runterwerfen müssen. Oh Gott. Zieh mich hoch. Wir müssen nicht weg. Wir müssen weg. Nein, was? Was? Hilfe. Valuten liegt an meinem Arm. Lass es bitte nicht los. Nein. Lass es nicht los. Ich hab auch ein Problem. Hallo. Ich hab dich im Stich gelassen. Zieh uns hoch. Nein. Frau Dardo, rette dich. Pfeil doch runter. Ich trete Valuten ins Gesicht. Ist mir egal, ob ich runterpfeil. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Frieden. Ja, tot. Ach man. Der Kampf gegen mich selber. Nur weil du meinen Ellbogen nicht loslassen wolltest. Du, mit wem lande ich wohl. Alter, den machen wir platt. Ja, den machen wir so fertig. So ein Loser. Warte, wie kommt man denn da hoch? Oh Gott. Oh, oh. Wir müssen warten, bis es runterklappt. Oder? Man kann die Tür öffnen. Wir springen. Okay. Leute. Ah ja. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Achso, ich geht. Nein. Nein, Lado. Nein, lass los. Lass mal Bruder los. Lass mal Bruder los. Bitte, Maudado. Nein, der muss echt sterben, sonst werde ich rausgekickt. Oh Gott. Bitte, hebt doch eben was an. Okay. Leute, könnt ihr bitte Maudado mich retten? Ja. Nein. Hat's geklappt? Ja. Uh. They see me whip. They see me ne 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 ne. Attacke. Arschbombe. Hallo, warum geht's nicht kaputt? Du musst den Fahrschwühl wechseln. Du musst den Fahrschwühl wechseln. Stell. Komm, fluss. Raus. Scheibe, schnell. Ja, bitte. Lass die Fahrschwühl wechseln. Ja. Er ist tot. Unentscheidend. Oh, da sind wieder die Tasten anders. Die Tasten sind wieder schuld. Ach, der macht komische Sachen. Oh. Ambulanz ist da. Bibi, bibi, bibi. Ambulanz, ja. Komm, ähm. Ab in den Müll mit dir, du Klon. Nein, nicht da inspringen. Ja. Hallo. Sag mal. Hallo, mein Klo. Nein. Hä? Was ist passiert? Morgano, was machst du da mit der Säule? Ich glitte hoch. Ich hab versucht, mein Klo noch zu steuern, aber irgendwie kann ich die Tastatursteuerung nicht. So, Manny, momentan sind wir auf dem gleichen Level wie Zombies Klon. Und vom Punkt durchstanden. Ey, ne, warum ich hab zwei Punkte? Ach, stimmt. Morgano. Das ist Morgano. Nee. Nee, ich hab keine Punkte. Ich und mein Klon sind gleich gut. Übernimm den, schmeiß den runter. Oh Gott. Oh Gott. Das ist auch bei Looten. Hä, der hat sich überlebt. Ja. Da bin ich wieder und weg. Wo seid ihr denn? Oh nein, zum weg, bitte. Bitte. Aber warum ist das? Oh, ja. Eine richtige Backpfeife. Nee, womit ist meine Ko... Ah, da ist jetzt meine Kopfnuss. Aua. Hey, Leute, ich brauche einen Punkt, hat Maudadu gesagt. Aua. Das waren seine letzten Worte. Der alte Mann ist da richtig krank. Aua. Ich hab deine Nase. Boah, eine Nase, Helle, am Ring. Lass mein Piercing los. Ich bin K.O. Weil Looten hat mir K.O. geschlagen. Hilfe. Ich hab deine Nase. Leute, ich bin schon wieder K.O. Ah. Bitte, bitte. Ich schau dir. Oh Gott. Ich nehme... Ja, er hat mir unter den alten Mann. Komm. Au. Ja, nehme ihn, nehme ihn. Nein. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Okay, komm mit. Komm. Okay. Ich hab ne Idee. Du weißt nämlich, wie man das Level noch gewinnen kann. Du kannst sprinten, wenn du A gedrückt hältst. Ganzhaft? Ja. Hey. Aha. Kommst du mit? Ja, ich bin schon da. Hey, du musst ja hier anfangen. Warum muss ich da anfangen? Ui, 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 ui. Du brauchst nen Punkt, du brauchst nen Punkt. Ernst, ganz im Ernst. Okay. Ich geh mit Mami schlafen. Oh. Guten Morgen. Boah. Zau mal, Zau mal. Ja? Hä? Nein, nein. Alles gut. Kannst du noch weiter vom Feuer wegkennen? Immer Frieden. Immer Frieden. Oh. Ab mit Müll. Gut gemacht, Zau mal. Der Kuhkönig ist zurück. Wisst ihr, was das Lustige ist? Das ist der Einzige, der so einen Punkt hat, wie der Typ den ganzen da auf Gas ist. Der ist nicht afkar, der stirbt immer sofort. Das ist ne Unterschiede. Ja, der ist afkar. Da, der ist doch von uns getrennt. Ey, warte zum Weg. Okay, Maudado, du darfst mir zu ihm hallo sagen. Hilfe. Zau mal bitte, der alte Mann wieder. Maudado. Ja, ich bin so krass. Ich bin so krass. Guck mal, du bist besser als Zau mal 2. Der Loser. Ah, der konnte noch nie was. Ah, den hab ich platt gemacht. Hab ich auch nie gemacht, ne? Ja, ne, der ist auch nicht so cool wie du. Ist ja merkwürdig immer gewesen. Der ist immer so. Kleiner Funfact, der war bisher bei jeder Aufnahme dabei. Auch bei anderen Spielen. Ja, ja. Der hat nur keiner gesehen, weil der nie was macht. Komm her, Maudado. Die meisten Leute dachten immer, das ist ein NPC. Ich hoffe, da kommt bald ein Zug. Ja, hoffe ich auch. Boah. Samme, bitte. Oh, nein. Oh Gott. Oh Gott, Maudado. Oh Gott. Oh Gott. Au, nein. Nein. Nicht so helfen, Maudado. Kann der mal zukommen? Ich muss eine Taste drücken. Oh Gott. Okay, so. Oh Gott. Nein. Weg, nein. Ja. 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 Okay, ich darf wieder. Au. Endlich darf ich spielen. Oh, ich bin ohmächtig. Erst kommt 10 Minuten, keine U-Pan und dann kommen zwei Stück. Oh Gott. Oh, er liegt im Dreck. Hilf mir. Oh, er ist tot. Alter. Hallo. Man, Samme ist wieder unsterblich. Kämpft mit mir. Auf den Schad zu nehmen. Ja, ich bin K.O. gerade. Ja, aber sehe ich. Aua. Das sah sehr saft aus. Oh, 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 oh. Oh, das auch. Aua. Hä? Hallo? Habe ich jetzt auch zwei Punkte? Ja. Fleischwolf. Och nein. Okay, jetzt habe ich. Wir können den verschnitzen. Ja, ja, mach den hier mal rechts rein, da sieht man es gut. Da rechts rein. Samme, nein. Ich habe nicht. Das ist der falsch. Er bewegt sich. Nein, Samme. Haha, ich lebe. Den können wir nicht aufbringen. Ich kenne die Steuerung nicht. Ich weiß nur, dass ich mich auf die Arme hebe. Hey, Maulado. Maulado. Oh Gott. Ja, ja, ja. Oh Gott. Oh ja. Nein. Hau ich mit der Maus? Was ist das? Ah. Nein, er hat es überlebt. Was? Das kam weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kopfnussknopf gefunden. Hallo. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komit alter Mann, Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir können, wir können. Geh rein baluten! Nein, nein. Nein! Ich wollte nur, dass der Klon einen Punkt hat. Valinia war einfach schon sechsmal da drin und ist immer wieder entkommen. Lass da vorne liegen. Lass da vorne liegen, ok. Lass nach vorne liegen, hab ich gesagt. Hey du, hier ist nur Platz für einen von uns beiden. Das reicht jetzt aber. Das war meine Taktik. Ich muss erst den anderen Lümmel da wegmachen. Oh Gott, ich habe einfach springen gedrückt. Wie bist du so gesprungen? Keine Ahnung. Du kannst doch Kopfnussen in der Form. Oh nein. Zombie, nein. Hä? Zombie? Warte, was? Da hinten war gerade ein Schind. Ich kann nur noch meinen Kopf bewegen, guck mal. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, oh. Ich bin bewusstlos. Das ist ja weh. Hallo. Hallo, Madi. Oh, guck mal, dass sie sich. Oh, wo ist das denn? Aua, deine Leiche hat mich runtergekickt. Nice. Ich hätte jetzt aber überlebt. Ich habe dich mit drunter gezogen. Ja, viel Spaß bei Luten. Okay. Warte, ich habe mal... Oh. Nimm das, du Arsch. Nimm das. Voll in die Fresse. Warte, ich... Voll in die Fresse. Luten lässt mich schon wieder austimen. Nack. Was denn? Ich habe... Ja, wenn er nicht sofort stirbt, time ich aus. Ja, ich habe mich doch... Die Regeln. Hilf mir doch. Ich habe gesagt, hilf mir hier. Ja, so. Ich habe nur Wiff mich verstanden. Ja. Oh Gott. Ey, der Kranke, Alter. Sag mal, warum will mich denn jede Einzelne hier grabben? Äh. Ja, ich häng da noch. Der Zug ist hier irgendwie abgelöst. Jeder hat mich einfach hochgekommen und wollte mich wegwerfen. Das ist die Regel vom Spiel. Wirf den Manu. Ui. Oh nein. Ich war mit. Ich hatte zwei... Ich hatte die Inseln an mir hängen. Ich wollte eigentlich Palette. Nein, ey, lass mich. Lass mich. Hallo, wie kommt man denn? Oh Gott. Oh nein. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe mich an dem alten Mann fest. Nein, Leute. Ich habe mich an dem alten Mann fest. Hept euch fest, Leute. Hept euch fest. Nein. Hept euch fest. Hept euch wieder nach oben. Bitte. Hept euch wieder nach oben, bitte. Ja. Ja, genau so. Hept euch fest. Hept euch fest. So, mir lebt noch. Rettet ihn. Rettet ihn. Ja. Geh runter und rett ihn, Manu. Ja, warum? Rett ihn doch. Bitte du ihn doch, Alter. Rettet ihn nicht. Da du wieder ankommst. Du kommst jetzt mit auf die stille Treppe. Genau. Palette, rettet ihn. Ja, ich komme zurück. Ach, du gehst mich fest. Hept mich fest. Wir killen die. Ne, das ist doch der Staubsauger. Hept euch fest. Ja, gleich habe ich zu... Ah, sorry. Nein, sorry. Ich lebe. Was? Maudato, hilf mir. Mir lebst du nicht so. Nee, du lebst nicht. Hast du es gesehen? Au. Mir lebst du nicht mehr. Nee, jetzt bin ich auch tot. Was ist denn hier los? Au. 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 Ah, jetzt. Er lebt. F. Ah. Der arme Palut. Ich muss einfach gehauen. Können wir nicht jetzt einmal den Zeppelin irgendwie in eine Richtung lenken? Irgendwie töten wir uns immer sehr schnell hier drauf. Komm mal mit, bitte. Oh, vielleicht blickt er auch irgendwann irgendwo gegen. Ja. Aber vielleicht kann man es auch provozieren, indem wir hier drauf gehen. Das ist doch so, oder? Ja, aber alle schlagen sich schon wieder mal. Ich will nicht. Ja, wir sind jetzt nicht geschlagen. Aber man kann sich einfach allgemein hier auf die Platte stellen. Guck, der dreht sich dann. Obwohl, vorhin habe ich Stress gemacht. Ja, aber so können wir es doch provozieren, oder nicht, wenn ich da drauf gehe? Warte, Kipo. Ey, alter Mann. Okay. Ich habe doch nicht mal geschlagen. Du hast mich geschlagen. Nein. Du kommst jetzt. Ich halte dich gegen die Wand. Lass mich. Ich habe ihn K.O. Ich habe ihn K.O. Oh Gott. Nein. Nein. Das soll ich nicht. Nehmen wir noch mehr? Ne, ne. Hallo. Ey. Das ist meine Stelle. Sag mal, bist du Hulk? Was soll das denn? Hat dich aber hochgenommen und ist runtergelaufen. Bitte mal runterrutschen lassen, danke. Ja. Nein. Ey, was ist los mit Maudado? Hilf mir doch. Ey. Au. Alter. Hier bin ich groß geworden. Wie das? Aua. Oh. Oh nein. Oh nein. Hör, bin ich K.O.? Hält sich nur fest. Ne, ich bin K.O. Achso, hä? Nimm die Wurst. Nimm die Wurst. Nimm die Wurst. Ich kann nicht. Achso, hast du die Wurst. Oh. Oh, Alter. Alter. Ja. Nimm die Wurst. Nimm die Wurst. Noch weggewurstet. Alter, ist so ausgeglichen. Ja. Was für Maschinen wir sind. Hast du vier Punkte eingestellt? Ich hoffe es. Ja, vier. Sonst endet es nie. Warte, ich gehe direkt auf den, auf den Ekling hier. Ich habe ihn. Ich bin einmal hochgesprungen mit ihm. Ich habe ihn. Flieg doch. Achso. Ja, schlag ihn. Ja, ich habe ihn. Ui. Oh Gott. Hallo. Der Sunway-Klon nimmt immer einen mit. Das sah echt geil aus. Also, das hat keinen Sinn gemacht. Hä? Hä? Leute? Wiege ich irgendwie 30 Kilo weniger als ihr? Das finde ich normal. Hä? Bewusstlos? Hallo? Wer ist bewusstlos? Ja, irgendwen habe ich hier. Ich weiß es nicht, wer bewusstlos gerade ist. Ich höre die gar nicht. Ich bin bewusstlos. Jetzt bin ich bewusstlos. Nee, der lebt wieder. Da, wir haben ihn. Wer ist jetzt bewusstlos? Da. Alter. Du bist bewusstlos. Nein. Nein. Was? Wie haben wir das denn geschafft? Alter. Habe ich ja noch nie gesehen. Wie haben wir das denn gemacht? Haben wir alles abgebrochen? Ja, komplett. Erstmal zum Beentfernen. Oh, zum Beentfern sich selbst. Hilf mir. Halt mich hoch. Ja. Alter Mann. Du komisch. Du widerlich, ey. Du mit deiner Pläte da hinten. Komm, was willst du? Nur weil du so eine hässliche Perücke hast. Das ist keine Perücke. Das ist echt Haar. Natürlich ist das eine Perücke. Das ist echt Haar. Das ist kein echt Haar. Das sehe ich doch von hier. Als hättest du grüne Haut und normalerweise was passiert mit mir. Ich bin nicht gerade irgendwie am Fuß oder so. Ja, da habe ich... Ja, Hilfe. Ich ersticke ihn. Ich ersticke ihn. Ich raste dir den Arm raus. Hilfe. Und weil er schwebt so an dem Arm, Alter. Oh, Leute. Lass mich da los, Leute. Hilfe. Jetzt hat man auch gerade mich. Oh, Teuro. Geh weg. Er wügt mich. Er wügt mich. Er wügt mich. Lass mein Bein los, Malo. Niemals. Niemals. Ja, ich bin stark. Ja. Wo ist die Kuh? Komm her, Kuh. Oh, ich bin schon wieder meine Beine. Oh, oh, oh. Nein, nicht, nicht Kuh. Oh, nein. Oh, nein. Hast du mitzum, ey? Was war das für ein Move? Wenn ich noch einmal K.O. bin, bin ich tot. Nein. Okay, jetzt lieb. Nein, mein Hund ist im Weg. Oh, nein. Nein. Alles gut. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Alles gut, Jungs. Alles gut. Oh, ich bin schon wieder K.O. Ich rutsche einfach durch. Alles gut. Mein Kopf. Mein Kopf. Alles gut. Mein Kopf. Alles gut. Nein. Nein. Ja. Ja. Ich lebe. Jetzt lass los. Das ist falsch mit dem alten Mann. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns gegen ihn verbinden. Jetzt hab ich euch beide. Ja, nimm ihn. Nein, nicht mich. Oh, ich komme jetzt. Er hat es überlebt. Er hat mir jetzt mein Bewusstsein, oder nicht? Vor allem, ich kann dich rauswerfen, weil man tut uns beide fest. Alter. Oh nein, ich hab ihn schlecht gegriffen. Zombies. Ja, genau. Gummeltig. 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 Alter. Lass mich doch mal in Ruhe. Und jetzt noch den da. Nein. Oh ja. Ich bin schon wieder K.O. Lass ihn los. Lass ihn los. Okay. Malute lässt mich nie los. Ich bin wach. Hallo. Hallo. Aber wie lange ihr auch bewusstlos seid. Ich bring mich da raus. Oh Gott, ich hab sie fast selber rausgekriegt. Hallo. Wie lange ich. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, ich bin feinbar. Hab's doch, das passiert jetzt. Er hat sich bloß selber rausgehorscht. Der ist ein Päcktes. Die Gummistangen sind auf jeden Fall zu hoch in dem Fall. Na ja, du hast dich gerade selber drüber befördert. Ich weiß. Na gut, Leute. Dann war's das mit einer kleinen Runde Gang-Biest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich ohne meinen Klon. Bis dann! Tschüss! Schaut auch bei den anderen vorbei, ich habe auch Videos, coole Sachen, ja!